Ja, jetzt stehe ich mal vor der Eurobike, draußen vor der Tür. Neben mir steht Stefan Reisinger, Eurobike-Chef. Stefan, ich bin ganz oft bei der Eurobike gewesen. Ich weiß gar nicht, wie oft, aber 25 Mal war ich wahrscheinlich schon hier. Und jetzt soll es mein letztes Mal sein, ist das so? Also vielleicht das letzte Mal in Friedrichshafen, aber sicherlich nicht das letzte Mal auf der Eurobike. Weil mit der Eurobike geht es natürlich weiter. Wir ziehen um, das ist natürlich ein großer Schritt für die Messe. Aber genau, die Eurobike gibt es natürlich auch im nächsten Jahr wieder. Also im nächsten Jahr wird die Eurobike dann stattfinden in Frankfurt? Ganz genau. Friedrichshafen hat ja so ein bisschen die Vorteile, dass das irgendwie alles sich anfühlt wie Urlaub, dass es eine total schöne Umgebung ist. Ich kann mich noch gut an die Demo-Days erinnern, die dann auch irgendwie im Umland waren, wo wirklich tolle Mountainbike und Rennradstrecken waren. Das ist so ein bisschen der Vorteil von Friedrichshafen gewesen. Was hat euch bewogen, hier wegzugehen? Also zum einen ist die Eurobike natürlich wirklich eine globale Messe für das Thema Fahrrad. Und vor allem natürlich für unsere Kunden, die von ganz weit her kommen, ist es schon immer auch ein bisschen aufwändig gewesen, überhaupt hierher zu kommen. Wir sind einfach hier begrenzt, sowohl was die Infrastruktur angeht, als auch was unser eigenes Messegelände angeht. Und was sicherlich aber der dominierende Faktor ist, das Fahrrad entwickelt sich einfach. Wir sind hier groß geworden mit dem sportiven Fahrrad, vor allem mit dem Mountainbike, auch sicherlich mit Rennradthemen dann über viele Jahre. Und was wir aber jetzt die letzten zehn Jahre sehen, ist vor allem natürlich auch, dass das Fahrrad Mobilitätsprodukt wird. Und dafür ist einfach eine städtische, urbane Kulisse, die bessere, besser passende und auch die, die dann einfach konzeptionell, so perspektivisch auch für die nächsten Jahre die richtige ist. Was vielleicht ja auch für unsere Hörer, die ja überwiegend Endverbraucher sind, sehr interessant ist. Wird es wieder eine Endverbrauchertage geben auf der Messe? Na klar. Eben sogar noch viel größeren Aufschlag. Wir werden zwei Tage machen für Endkunden, also ein ganzes Wochenende. Haben sicherlich da auch noch mal deutlich mehr Einzugsgemäß. Mehr Menschen werden überhaupt die Möglichkeit haben, dann auch teilzunehmen. Frankfurt liegt da toll zentral, auch sehr gut angebunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mittendrin in Deutschland. Also das Thema Endkundenansprache ist ein ganz wichtiger, konzeptioneller Baustein für die Eurobike in Zukunft. Und es wird ja leichter, auch dahin zu kommen zur Eurobike zukünftig. Ich weiß von meinen Anreisen, ich habe alles möglich, also in der Zeit habe ich wirklich alles Mögliche ausprobiert. Die einzige Anreise, die ich nie komplett gemacht habe, war mit dem Fahrrad. Aber ich habe von Flugzeug über, also meistens Bahn, manchmal Auto, alles ausprobiert und irgendwie ist alles ja sehr, also für mich war es immer sehr, sehr lang. Das ändert sich jetzt in Frankfurt ja nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen und auch für die Endverbraucher. Da gehe ich auch davon aus, dass das deutlich besser angenommen wird noch. Also das glauben wir auch. In deinem Fall ist natürlich auch wirklich so, dass wir diametral auseinander liegen. Also weiter kann es ja gar nicht sein. Von daher, also Frankfurt bietet natürlich genau diesen Vorteil, dass es eben zentral liegt in Deutschland, dass es sowohl, sagen wir mal, per Auto als auch per Bahn als auch per Flugzeug, egal ob aus Deutschland oder auch europäisch oder global gesehen, es ist natürlich perfekt erreichbar. Das Messegelände liegt ja mittendrin in der Stadt. Man ist in zehn Minuten zu Fuß vom Bahnhof da. Und von daher glaube ich, also egal wie man kommt, ob per Fahrrad, Flugzeug, Zug oder Auto, da ist Frankfurt schon natürlich eine Nummer. Du hast vorhin gesagt Eurobike, internationale Messe, globale Messe hast du gesagt. Jetzt sind wir in Friedrichshafen, wir als Fahrradbranche hier auf der Messe ja in den letzten Jahren immer so, wie man die Messe kannte, voll ausgebucht, rappelvoll und eng, eine große Nummer gewesen. Bist du dir sicher, dass wir in Frankfurt auch eine große Nummer werden? Also ich bin mir sicher, dass wir in Frankfurt eine große Nummer werden. Im Moment ist vielleicht für nächstes Jahr die Perspektive ja noch nicht so ganz klar, ob irgendwie die Pandemie da wirklich schon ganz eingedämmt sein wird. Also das ist sicherlich ein kleiner Unsicherheitsfaktor, der auch die nächsten Wochen und Monate vielleicht noch bleiben wird. Aber wir müssen ja perspektivisch denken. Also nicht nur jetzt irgendwie an 2022, sondern die Jahre darüber hinaus. Und also was uns da so sicher macht, ist, dass das Fahrrad ist das Mobilitätsprodukt der Zukunft. Und wir werden diese Möglichkeiten und diese Fazilitäten, die wir da haben, die werden wir brauchen und die werden wir füllen perspektivisch. In Frankfurt ist ja die IAA weggegangen und wird ersetzt jetzt durch die Eurobike. Das heißt so, das Bessere kommt, das bessere Volk, das bessere Verkehrsmittel in jedem Fall. Das ist doch eine super Nummer, oder? Finde ich auch. Also dann werden wir die beerben und machen es dann richtig groß, oder? Ganz genau so. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, Frankfurt. Ich kann mir vorstellen, dass wir von unserem Verband auch ein bisschen was beisteuern können. Wir haben richtig Lust und freuen uns auf jeden Fall auf Frankfurt und mit euch da eine richtig geile Messe zu machen. Also genau so geht es uns auch. Wir sind total motiviert. Also auch mein Team. Für uns ist eine tolle neue Perspektive. Und das ist auch die Chance natürlich jetzt nach 30 Jahren auch ein paar Dinge wieder neu zu machen und sich auch ein Stück weit neu zu erfinden. Und ich glaube, das ist das, was die Branche auch braucht. Sag noch mal ganz kurz für, auch ganz speziell für unsere Zuhörer. Du hast gesagt, es ändert sich ein bisschen das Thema, aber Mountainbike, Gravel, Rennrad, Sport wird immer noch ein wichtiges Thema sein, oder? Das ist so. Also uns geht es ums Fahrrad. Wir sind die Fahrradmesse. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Und natürlich wird auch das sportliche Fahrrad weiterhin eine ganz wichtige Rolle spielen. Das sind ja gerade die, die wirklich enthusiastisch dabei sind. Das sind ja die, für die das Lebensinhalt ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Die werden wir auf keinen Fall vernachlässigen. Aber wir müssen, glaube ich, einfach auch anerkennen, dass eben auch die Zahl derer, die das Fahrrad in erster Linie wirklich auch als Alltagsfortbewegungsmittel nutzt, dass das einfach ein ganz wichtiger Baustein wird in der zukünftigen Mobilitätswende. Und das System wollen wir Rechnung tragen. Okay. Also Sportler, willkommen. Und alle, die das Fahrrad für alles Mögliche nutzen, sind auch willkommen. Und dann genau so. Hast du den Termin nochmal vielleicht? Ja, der 13. bis 17. Juli. 13. bis 17. Juli. Sehr schön. Dann freuen wir uns, sommerlich in Frankfurt unterwegs zu sein. Super. Freut mich auch. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. virus. virus. virus.